Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den dieswöchigen Goldhoofs News. Als erstes möchte ich drei neue Goldhoofs begrüßen und zwar die Luisa Softfeather, die Lila Dragonsong und die Tatjana Dolphin Rider. Herzlich willkommen in den Goldhoofs. Natürlich möchte ich auch diese Woche wieder fünf weitere Leute von der Warteliste einladen, die sich für die kommende Sonntagslevelrunde um 19 Uhr bereit halten können. Und zwar sind das diese Woche die Marie Summerstone, die Sarah Greenleaf, die Ekaterina Papidorn, die Bernadette Evening Garden und die Philippa Skyhaul. Euch möchte ich gerne kommenden Sonntag einladen. Wenn ihr keine Zeit habt, wisst ihr ja Bescheid. Ihr seid ja auf dem Discord, dann schreibt es kurz in die angehenden Goldhoofs rein, dass ihr vielleicht keine Zeit habt und wann ihr Zeit habt. Für alle anderen gilt nach wie vor, die Warteliste ist leider wieder gesperrt und langsam wird es auch relativ voll bei uns. Das heißt, es wird leider auch über längere Zeit erstmal so bleiben. Aber alle Infos zum Club wie immer in den Goldhoofs News jeden Montag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020